Also das kann ich auch. Ja. Also zum Beispiel jetzt kommt eine Gruppe aus Berlin, die heißt Cora und der Titel heißt Is... Is... Istanbul. Istanbul, richtig. Ich wollte eigentlich nur ein Brot. Da sah ich deine braunen Augen. Ich stand ja, bekomm ein Wort. Nur eins war klar, du wolltest nicht. Du wolltest fort. Und das am liebsten mit mir und sofort. Ich sah nur deine braunen Augen. Ist dann gut? Ist das denn schön? Na, ist dann gut? Willst du mit mir gehen? Ist dann gut? Das ist doch bald. Und ich hab eigentlich gar keine Zeit. Wie ging es zu dir nach Haus? Alles sah so gemütlich aus. Warum willst du denn eigentlich hier raus? Am nächsten Morgen dann fehlen wir zu packen an. Mittags saßen wir denn schon in der Bahn. Ich sah nur deine braunen Augen. Istanbul. Ist das denn schön? Na, ist dann gut? Willst du mit mir gehen? Ist dann gut? Das ist doch bald. Und ich hab eigentlich gar keine Zeit. Ich sah nur deine braunen Augen. Istanbul. Ist das denn schön? Na, ist dann gut? Willst du mit mir gehen? Istanbul. 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 Das ist doch bald. Und ich hab eigentlich gar keine Zeit. Istanbul. Ist das denn schön? Na, ist dann gut? Willst du mit mir gehen? Istanbul. Das ist doch bald. Und ich hab eigentlich gar keine Zeit. Istanbul. Istanbul. Ach, Herr Feldmann.